und willkommen zurück zu let's play lager 2000 und letztes mehr stehen geblieben und leise machen und ja wir sind jetzt noch dabei zu machen darauf dass die alte durchläuft ja noch so machen wir heute immer noch ein guter titel anfangen das muss man aber noch einiges holen geld meine ich so muss man schauen wir mal hier bin ich hier bin ich okay okay genau genau wir hatten ja die scheiße laufräume geht und ja jetzt müssen wir wohl nicht mal ganz einfach mal gerade aber doch wir das schlisten hier noch erledigen so einmal bitte jetzt abwachen da war schon abwachen du bist doch auch wunderbar aber ich kann auch schon so kleine reste weg machen wird man sagt er hat einfach kurz und knapp das war mal schade bei der nächsten zeit so dass man gerade die scheiße weg die weiße keine schlüsse machen werde weil er zu klar wird ist da die dinge da alles da und effizienz die hübser hat ein paar lauten so so nach kopf immer war ein bisschen weg ob ich doch meine stoff nach der wahl ja kommt man hat doch gerade gehabt mann wahrscheinlich braucht in die schweizgänger noch ein bisschen aufräumen aber ich habe doch gerade die stellen gehabt so ich weiß nicht ob darum im trick verliert oder so dann gibt es scheinbar bestimmte stellen die man dann halt ansetzen muss so wie es aussieht nach oben nach oben achte aber nichts stellen und ist auch nur ein vier und manche menge dazu kommen werden uns auf jeden fall das verkauft wohl weil habe ich bei mir ein spiel schon mittlerweile und deswegen bringt einfach und überlegen was der treuer noch machen wir jetzt die form aus die tiere holen und nämlich gern unbedingt haben in harvester wo wir einiges von einigen schneller als der holz abarbeiten können ja schon mal noch zu erinnern uns ersten harvester johol so gehört auf die karte guckt was sagt unser nicht ernte weil wir machen lassen wir gerade müssen wo durchlaufen dann kommt 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 ich muss noch nicht vorweg waren gestürzt mit extrem kleiner freund so haben wir noch keine baumstelle weg und wir müssen jetzt ja wenn es der arzt kommt genau gerade hingehen beispiel sich auf die kreise kann man einmal hier so einen die seite stellen hier so war man gerade den anderen hänger holen nämlich zwei lange auf einmal weg dafür geht es noch viel schneller muss man jetzt ein bisschen geld eingenommen noch damit wir ja schon nachher die sehphase überbrücken können können aber nicht einfach einschalten haben wir noch mal 5 uhr so muss man darum und dann sind wir auf welchen händler das schöne ich habe ja schon schaffte harvester bei mir weil sie meinen platten spielstand und das geht rüber die zukunft bei mir fällt auch schon noch aufladen was immer gut geht nebenbei muss man das nicht machen will zum beispiel ecke abgeändert habe ich erst mal neue bäume vielleicht bevor die nächste ecke gehe und gab er so dann muss er jetzt ein bisschen noch zu doch zusammen damit ich überhaupt dazu können wir das überhaupt muss doch gesetzten und liebens haben gesetzmaschine kaufen denn ohne gesetzmaschine komme ich überhaupt weit und sonst haben noch genug andere weitstücken wo man jedenfalls erst mal hingehen können ab geht die nutze so werde erledigt muss er später nur daran denken wenn man haben dass wir sagt schnell dass wir immer wieder umstellen weil er geht immer wieder auf nur noch auf ein meter zurück oder länge wieder schneide spieler blick voll fünf meter ausnutzen dafür da bin ich wohl über dem zaun hängen blieben scheiße wollte eigentlich nicht komm geht gummi du schaffst das ist da ja du schaffst was also und hier noch recht zu nicht schwer an zeit verloren wo ich nur gut zeit verloren geht ist wenn wir jetzt hier und hier generell durch das wegen und alles haben wir ja jetzt abfällen mit ersten geht der dann haben wir es als automatisch muss man hier dort machen und das match natürlich auch noch viel viel zeit verbraucht so einmal drehen ich habe ja genau muss ich einmal gerade drehen ganz 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 dreistigen lagen so jetzt die handgruppe kleinigkeit wenn man richtig gefahren würde ich habe jetzt darüber und der nennste polizieren gewartet immer um zu koppeln von fondlader ich habe ja zwei er sparen ist alles alles braucht sie haben auch schon gerade ausfragen nicht die falschen nehmen und erst jetzt dieser müssen eine spät beitrag werden schon erst einmal der schiefer zu viel abwahl so ja warum kann der schluss auch noch abwärmten aber ja ich bin auf die fremde nach der lage ausmacht später und hast und einen fliegen stellen wir da wenn man darauf muss wenn man auch die silus folgen nagen und dann auch große nachfragen warten ich habe die leute im holz und da ist da gar kein problem die zeit zu überrücken und alles den ständigen werde ich auch so machen erst einmal soweit ist er zu weit kommt bei uns muss ja noch ein nehmen um sie ich dann doch der haarwässer ist noch vor und dann kommt man mit dem haus beruhestadt ganze holz machen und damit unser geld und die mobilität in die tierzug einsteigen können und dann haben wir da ganz ganz gleiches spiel kommt es bleibt nett hier hängen was ich einmal hier festgefahren hatten berg wo ich nicht noch mal haben bei 30 prozent ist eine ordentliche steigung schon ich sehe gerade ich muss auch um abtanken jetzt vielleicht nicht und daher müssen wir mal schauen immer hier aus der karl haben bestimmt schon längst bekommen wird bei mir pflanzt so ist nicht eigentlich so dass hier wie viele bäume hier sind das ist schnell gemacht wo er noch was anhängen und dann gerade abtanken wenn man da haben wir uns danach herum ich brauche nein nein der braucht genau man muss einmal auf den hänger so stehen nach welten stehen habe ich idiot bei einer komplett verkündete richtung das hat mich nicht so so na komm sag hm 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 kleiner rote praktisch unter motorisiert aber ja da passt schon das was stückst du mal alles schönes also aber spaß man haben auch später beim spuren sammeln kann ich jetzt schon sagen dann können wir jetzt noch abtanken was die vorbeigte heute mit der nächsten folge wieder rund mit ernten alles er kann der nämlich hier schon der einen einsehen der liebe gute deutschland kommt doch ganz so da kann der abtanken wir starten hier unser spiel das wort ich nun nicht machen so das ist bereit dann können wir starten dann machen wir eine nächste folge von let's play lapata simulator 2015 das ist gefahren nach morgen wieder ein bis dahin ciao So.